No answering Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder Der Ani, Assalamu alaikum Schon wieder Schon wieder, da sind wir wieder Seid, da sind wir wieder Ja, da sind wir wieder Jetzt lernt der Deutsch Schwäbisch Also, jetzt sind wir wieder in Hurghada hier Night Shopping, ich war heute voll busy Ich musste heute so viel Treatment, Behandlungen machen Für meine Muss mich ja wieder hier Gesunden Und es geht jetzt die nächsten Tage so weiter Deswegen kann ich jetzt so viele Videos machen, wir gucken mal Wie es morgen läuft, was morgen ist Ich muss morgen nochmal Blut abgeben Weil das hat nicht ganz geklappt bei dem Labor Jetzt sind wir in Mubarak 2 Hier laufen wir Gerade durch, wir gehen nach In die Sherry und holen uns Fatir, ich hab voll Hunger Da drauf, McDonalds waren wir ja heute Wie ihr gesehen habt Im gestrigen Video für euch das Gestrige Da hab ich ja gefragt, wo ich bin Das war in der Mamscha am McDonalds Hier ist die Auflösung Wer es nicht weiß Aber werde ich wahrscheinlich in den Kommentaren eh liken Und sagen, ja, die meisten werden es ja wissen Haben mit meiner Freundin da gesessen Und mit dem Jonas Und ja Haben uns voll gefressen Morgens schon Ja, wir sind voll die Blaberfläche Wir haben so viel zu reden Alhamdulillah Ja, das ist so ein Charakter wie ich Also vom Ding Also von dem Also von dem Aber bei dem Der ist wirklich professionell Und spricht perfektes Englisch amerikanische Englisch Einmal hat Einmal hat Unfall gebaut Was ist das Was ist das Was ist das Was ist das Da so Also damals war immer Techno Musik Und keine Ahnung So Gedudel Das mag ich nicht Dies ist nicht mein Strand Also mir gefällt Old Vic Wobei der auch immer Gedudel hat Gedudel Gedudel The Old Vic with the music I speak about I don't like a bitch when they make open the music so loud Elysée Na Läuft auch das Ding Könnt ihr mal sehen, welche Hotels funktionieren Das ist jetzt die alte Sheraton Da kommen die Die öffentlichen Strände Was heißt öffentlich Die muss bezahlen Klar Wo man halt als Residentler benutzen kann Ja, was will ich noch erzählen Angeln wollen wir auch noch die Tage Weiß nicht, also wir bleiben jetzt noch Was haben wir heute? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Noch vier Nächte Dann bleiben wir fünf Nights hier Instead of vier Fünf oder sechs Nights Wir werden sehen Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Genau, weil ich auch nicht möchte Fischen Ja, morgen Nächte und Back After tomorrow Wir werden Fischen Okay Nächte und Back Inshallah Aber On Tuesday Weil wir haben heute Sundich Say Sundich 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 Sonnedich Hat er gerade gesagt Sonnedich Nee, nicht Sonnedich Sonntag Sundich Und when you say Sundich Sundich Das hört sich Das hört sich Sonntag ist El El Individuen El Ahad In High Arabic Sabt El 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 Weil Talet ist Dienstag, Arba ist Mittwoch, Chamis Donnerstag, Goma Freitag. Und Sabt Samstag. Und dann wieder Hat. So. Montag, Dienstag. Das singen wir gerade mit dem Jone. Es ist Mittwoch, Donnerstag. Der schläft da hinten übrigens. Es ist total fertig, der hat Fußball gespielt. He play football in the flat. Till the father come and say, how many times, million times I told you, we will not play football. Zum Sohne, wo am sein Kumpel, die haben es halt probiert. Aber 30 minutes they played. This is a planet. Which planet? A medical planet. Lala, he was too tired, I don't ask him something. Bukhra, inshallah. Morgen kriege ich dann die ganzen Instructions. Na gut. Gucken wir mal. Was wollt ihr sehen? Alhamdulillah. 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 Besabt. Amin. Da hocket sie. Draußen. Ich habe übrigens meine Hausarbeiter an. Ich verlasse das Auto nicht. Das ist nur fürs Haus. Ich war nur kurz vor meiner Freundin im Nebengebäude. Und dann wollte ich jetzt nicht noch mich umziehen. Bleib dann im Auto. Guck mal, Carlitos. Ich dachte schon, hier gibt es Caritas. Das ist Caritas. Ach, Willfela ist open now, Mahmoud. Alle Fekras. Doch. I don't think it's so fast. Lahi, must open November. And look how many cars. Oh, it's not open. They say they open November. Toll. Alles wieder bla bla. Oh. I don't know. An accident. Because the police here. Guck mal da. Polizei im Rückspiegel. Check. And you have no belt. Mahmoud, where the belt? Bitte. Wir haben 32. And you can even die from 30. Somebody else faster. Or dying, you can dying when you're standing, without driving. Ah, don't worry about dying. Trotzdem. Don't look for the woman. I can look to the woman. I'm wondering that she wear this in this cold. Frau mit Mini-Röckle in der Kälte. Aber gut, die Schwitze hier. Wir kommen aus. They're feeling hot here. Die stände heiß. Mini-Röckle, du bist draußen. Guck mal, ich hab ein Winterabbein. Aua. Aua. Should I wear also the skirt? Aua. It's okay, Allah. Go. Bring me my gas. I cut. Ich schneide es ab. I'll go home. I bring for you my gas. Dann schneide ich das ab. And then we're at home. Yeah, yeah. At the street. Aua. At the street. Der escot-machmour. Also bitte. Bitte, bitte, bitte. Joking. There's too much private joking here in the video. You know? You must hold our private things in the home. Hier, wo geht ihr noch? Und da, was ist da los? Retro-Bar. Seid ihr noch? Da, die Retro-Bar. Der Yacht. Ja. Kannst du sehen, der verbienter Yacht. Die Kaluna 5D ist da. Alia, aha, Alia Beach, here. Super, da könnt ihr buchen über Booking.com. Super, Beach, tolle Wohnungen, muss man sagen. Platz also. Aua. Okay. But it's more cheap if you book as a German. You know? Booking.com als Deutscher kriegst bessere Preise, als wenn du da mit einem Ägypter noch kommst. Ist leider so, aber anyway, one day we will go there. With the children, inshallah. Inshallah. 2051. 2051. Mach Mut, spart Geld. Das immer wieder Las Vegas. Sigal. Upsala. Ufpasse. Ufpasse, gell. Ich denke, das ist nicht super, das ist Las Vegas, da Metro. Da ist es, Fadir, 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 oder? Ja, der schönste. Ach so, was du meinst, erst? Ja, ich bin im Stopp, after 3 Minuten. Fadir. Das dauert lange Zeit. Mäschi, okay. Okay. La, Mäschi. Machma bisschen. Wutun plant. Salma allahu aleyhi wa salma. Du brauchst ja machrafen in Nahrda. Shopping? Ja, ja. You want to make what you want to shopping? Something is kind of private. And every time I see a sign in the shop, you cannot come without a man. I said, alhamdulillah. Ja, genau, der wollte shoppen gehen. What kind of private? Ach so. Und dann konnte er nicht in den Shop gehen. Ohne Mundschutz kann er nicht in den Shop. Und Mundschutz hat er nicht dabei. Alhamdulillah hat er Geld gespart. Ja, 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 gut, gut, gut. Gut, gut. Just the bill. They bring it for me outside in the shop. Ach, du hast einen Gürtel gekauft. Gürtel. Ah, der hat seinen Gürtel, einen Ledergürtel in der deutschen Botschaft vergessen. 2000 Air, 17. 2017. 250 Wind. Take care, Mahmoud. I go bukra with the gips to neck and back. Massage. If you make like this. Ah, da gibt's schon. Da wird aufgeschrieben. La, Mahmoud. You're right. You cannot party. Go, 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 go. La, it's not allowed here. It's for the... The people walk there. Please take care. We go there. Or here, look. Parking place. One will come out. I don't know. Make what you want. But not here. Because this man is coming. Da wird aufgeschrieben. Und wisst ihr, wie das ist hier? Also das... Du kriegst einen Strafzettel nicht sofort. Entweder du gibst ihm gleich das Geld dem Typen. Oh, hier ist voll busy. Wow, wow, wow. Marzala. Marzala. Und du kriegst das... Wenn du dein Auto wieder die Lizenz erneuerst, ist ja das alles, musst du es dort bezahlen beim Amt. Du kriegst keine neue Lizenz, wenn du deinen alten Strafzettel nicht bezahlt hast. So funktioniert das hier, weil viele haben ja keinen Briefkasten, wo du die Post hinbringen kannst. Also, Alhamdulillah hatten wir keinen einzigen Strafzettel, als wir es umge... Also verlängert haben, das Auto wieder auf ein Jahr. Iowa Abu Karim Market. Ich will standen hier und spielen Fishtome und du bringst mir das Essen. Du kennst das Fathir Alexandria oder was ist der Name? Alexandria oder Xandarani. Xandarani. Mit Dabbel Gibna Yellow, please. Dabbel, how many? Two. Under the camera, don't we say it's yellow. Two. Nein, two. Lass die Leute nicht denken, ich bin vielfraß, ne? Ich will zwei und zeig ihm fünf. Ich tue immer so zwei Filme und den Rest verstecke ich und fresse mich. Oh Gott. Nee, natürlich nur zwei. It's enough two. Two. Halas, yallah. Ja, ja, joking. Five. Never I eat five. My highest was three, when I was pregnant. Yallah. Der Typ wieder. Geh? Haia, haia, haia. Die sind jetzt, die kleben nicht mehr. Die sind jetzt wieder... Naja. Ich kann mal auszahlen. Ich hätte ja gefilmt, wie er kommt mit dem ganzen Tüten, aber ich hab's verpasst. Ich hätte gesagt, steig aus und komm nochmal, wir machen keine Fake Videos, ihr wisst. I said, go outside and come tag. I said, we don't make fake videos. What is this? This is full good for my body, you know. I suffering here. Ich muss wieder zunehmen, Leute. I must become more fat, because I become so thin. Das ist für einen Yunus. Ach so, das ist für einen Yunus. Uh-huh. Uh-huh. Wie für dich. Das ist also zu viel Zucker. Das ist für mich. Danke. Das ist für mein Breakfast. Das ist für meinen... You don't found this Schwebis? Ja. Wir müssen das mal bringen. Pure Life. Next play. Ja, Leute. Next play. Okay. Ich sag, Bukhra, komm, ich will show you. Mach mal ein bisschen Licht an in dem Lade. Da, Wasser, Wasser. Ich trinke keine Cola mehr. Was ist das? Und das ist mein Breakfast. Alles klar. Alles klar. Was? Ich kaufe immer so viel. Und hier auch. Was ist das so? Es wird ein Fühl. Ja, das? Das ist ein D-Tay. 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 Das ist ein D-Tay. Dann die Antische sitzt. Ich schaufe mir die Fühl mit dem Lade. Ein Fühl mit einem Lade. Und dann... Und dann... Show mir. Show den Leuten. Don't begin da mit ihr Lippen. Ah so, so ein Blum haben wir hier. Ich hab hier. Das mag doch die Dinge, die Antje Lovitz, ist es das? Das magst doch du, Antje. Und was noch? Das mag die Antje auch, das ist Dora, gerösteter Mais. Ah ja. Ich hoffe, ich werde nicht so schütteln. Ich werde nicht für meine Tees essen, du weißt. Nachdem ich von der Däntin komme, kannst du Kullerhater. Ich werde das für ein neues Shop bringen, wenn du etwas willst. Aha. Double Hot Chocolate, ein neues Shop. Sahlab Flavor. Nicht schlecht. Anis. Ja, und was ist der Name von der Shop? Ich kann nicht lesen. Kasr Al-Attarin. Was ist das? Kasr Al-Attarin, für alle Liebe. Und Fendi. Sherry. Also in Sherry. So viele Shop. Du probierst einen? Hm? Du probierst einen? Was? Wo ist meine jetzt? Öffne für mich. Kullu ist das gleiche. Kullu ist das gleiche, dann schau uns. Aber das ist Kulles, Mahmoud. Das ist nicht das Ishter. Das ist Assel. Das ist Honig mit Sahne. Ja, ich will es probieren. Und es ist gut? Ja. Kullas. Ich will nicht eat my, you know, too much sugar. Hier ist Eunice, weil wenn sie awake ist, muss sie haben etwas zu essen. Muss auch geben ihm, wie das. Was ist sugar, Al-Attarin? Du bringst für Eunice, nur die sugar sind. Nein, 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 nein. Es ist nicht gesund. Nicht so laut, sie wenden. Just hier. Nein, nein, nein. Das ist immer. Hier. Show uns. Open. Du eatst die Papier. Ich will. Der Doktor sagt, es ist sehr gesund. Mach auf, Xanderani. Jamaika-Date. Ah, Jamaika. Oh. I hope they don't put something else inside from Jamaica. Double haschisch. Heilro. Droga. Hilfe. This is why I'm ill, you break it. Der macht mich kaputt, du, mit dem Zeugs. Na gut, also dann essen wir Jamaika. Das ist immer, das ist immer, weil ich nicht eit yours. Ach so. So, so we have signs. Aiwa. What you have, with or without. Alles klar. I take the right. Ah, what's here? The sign. This is the sign. Hab the soda, aiwa. Hab the baraka. Because what I have before you is in yours. This is the schwarze, da ist das, das ist das Zeugs. The magic in yours. The magic in mine. Okay, in Bukhra, I give blood what they think, this German woman. Same, leave me alone. Du, wir machen Spaß, wir nehmen keine Trunk, gah? So nice day. I don't try it before. Mine. That you know. Jamaika. Jamaika. Ja, hallo, hallo, hallo. Chalas, yallah. Belhana wa shiva. It's written. I can read it. Abu Khadiga. Da hast du Khadija. Essen. Eastern food. Na? Your father, he has a restaurant, he don't tell us. Abu Khadiga. Mein Vater schafft hier. Der Vater von Khadiga hat ein super Restaurant, Grill, eine Grillstation. Leute, es riecht so gut, gell? Und ich sag zu meinem Mann, sag mal, was riecht hier so gut? Und wir essen Fatih im Ding und der Grill, da zeig's. Der Abu Khadiga, der Vater von Khadiga. Mein Vater. Der Lunch ist zu viel bauen. If you want. Jalla. Da. Cotton House. Da, die Straße zurück, da seid ihr bei Abu Khadiga. Voll lustig. Na gut, weiter geht's. The smell is good. We don't know the taste. Aira. You are the driver now, I don't know. Choose the area and we go a little bit. Walking. Lie, don't go walking. Walking with the car. With the house up there. Here, 100% cotton smile. That's immer, immer. You're sweatshirt still. You're sweatshirt. Haha. Was auf, aufpassen, aufpassen. Der hat ein Telefon. Und der steht noch wieder da. I don't see him. Hulevar Café. Na gut. You can stop in the side street. Also, wir haben uns entschlossen, wir gehen zur Horgada Marina mit meiner Abaya, der ist kein Problem. Hier bei der Horgada Fashion, die wissen das nicht, dass das ein Haus Abaya ist, die Leute. Nur wir wissen das, gell. Mein Mann hat gesagt, die Allah, komm, ist kein Problem. Mach bitte keinen Unfall zurück. In the back of the car. So. Stop. Take care, take care. Go in the front. Ach, son. Das müssen wir noch den Yunis aufwecken. Der steht mir schon immer um 4 Uhr morgens auf hier. So aufgeregt. Yunis, komm. Also, in die Marina kommst du nicht ohne Mundschutz. Jetzt tragen wir den Mundschutz. Auch okay, wir gehen ja eh nirgends wo rein. Wir laufen nur, um die Schiffe anzugucken. Und zeigen euch die schönen Lichter. Vielleicht machen wir nochmal eine Runde tagsüber. Guck mal, sogar die Disco funktioniert hier. Corona-Disco. Wir gehen jetzt. Also, jetzt würde ich in keine Disco gehen, gell. Gell, Yunis? Ja. Ja, 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 ja. Der geht. Serena. Finesco in Disco in these times. They work a member inside then or what? Waha. Waha. Gehen sie mit Mundschutz in die Disco. Wie macht ihr das in Deutschland? Geht ihr in die Disco in der Corona-Zeit? Weil wir gehen, wir sind ja keine Disco-Leute, ne? Wir gehen in keine Disco. Aber, wie läuft das in Deutschland ab? Ich meine, da ist ja dann auch alles voll. Disco mit Mundschutz ist auch witzig. So, guck mal. Da, das ist die Moschee da hinten. Oh, der malt. Guck. Nice. Not bad. All these restaurant bars. Ja, die Leute, die halt hier öfter kommen, die seid ja hier Marina-Leute, gell. Viele kennen hier jedes Restaurant, jede Bar. Das Schiff hat hier auch kein Licht. Stromspare. Habibi, Kulutamam. Nein, leer. Was ist? Huch, der will nicht. Okay, nicht filmen dann. Guck, Yunus, das ist ein tolles Schiff. You see? Das ist ein Piratenschiff. Siehst du das? Aber ohne Piraten. Oh, da hinten ist ein beleuchtetes Schiff. Wow. You see? Yunus, guck mal. Cool. Da gehen wir hin. Genau. Stone. Mundschutz runter. Aber die tragen die Mundschutz-Mamut? Keiner. Guck, warum wir. They don't wear a camera. But why we must... Ach, wir nehmen es nur, wenn wir irgendwo sitzen. Na gut, auch gut. Dann können wir den Mundschutz... We can use it again. I walk. Because we don't go somewhere. Dann können wir wieder benutzen. Müssen wir ja nicht. So. What is it? Ah. Die laden halt die Leute an zum Essen. Da gehen wir nicht nahe. Die sagen immer, kommt nahe. Oh, guck mal, Pilz. Ein Pilz-Restaurant. Imperatore. Nice. Ist das neu? I don't saw this before. Sieht aus wie Schlumpfhausen. We were sitting here. With this? With Champignons? I see this first time. I don't know. Nice. 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 When she wanted to drink wine. Meine Schwester und ich sitzen saßen hier. Wir haben hier ein Foto gemacht. Stimmt. And from this photo you make me a Makhatan. Kissen hat er mir gemacht. But I think this without these Champignons. What? For the second. Ah, da. The tuk-tuk. We drive around. It's working. Ask him. It's nice. Come. We make a round. Bitte. Ja, Zahim. Komm, wir fahren mit dem. Mein Mann sagt, das ist nur für die Dings. Ach, da ist Musik. Mahmoud La. Without music. I don't sit. Leave this. Oder here. Ah, warte mal. Die tun sich jetzt beschweren, weil es teuer ist. 21 Pfund pro Person. Wir machen das nur für Younes und für euch. Only for Younes and the Follower. Also, mitgeben wir jetzt für euch 63 Pfund aus. Sag, Younes, 63 Pfund. So, das war's. Dann kostet's noch nix. Der fährt nur bis vorn wieder zurück. Aber den Spaß machen wir. Ja, das kann ich. Taleta setin. Ja? Taleta setin. Mama, der ist ganz da vor. Da vorne ist der Fahrer. Da können wir nicht. So. Das ist nett. Der hat wegen uns jetzt die Musik ausgemacht. Ja. Also, wir hören ja eh keine Musik. Und auch so. Oh, es ist schön. Now I can see it's more better. But I'm shaking now. Go on your side. You cannot. We are too big for this. Wir sind zu groß für die zu lange Pfüße. Geh, Younes? Das freut sich. Das ist Taf-Taf. 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 Nicht Tuk-Tuk, sondern Taf-Taf. Ich mache hier und nicht Frieden. Ja, wir hören eine Ausrede. Wir haben den Jungen dabei. Sonst. Alone, we will not drive. We shame. Wir schäben uns. Alleine. Alleine. Ollis. Da oben gibt es auch Wohnungen, ne? Bestimmt sau teuer. Das works in Vincenland. Ah, joh. Wer, wer... Die Fahrt ist teurer als unser Abendessen. Ja. Ist doch egal. Mach Mut, you make like we are... Schau mal. We have all these carpets from the official down. Ayo, what do you mean? I need things for the official down. So. Da war ja auch noch ne zu nem 9D cinema. Cinema Club. Mm-hmm. 9D. Seaside. Parasailing. Safari trips. Ist auch sein Job. Vor zurück, vor zurück. We are the only one inside or finesse in the back? Uh, see. Wie? Too nasty. Also, vorne und hinten. When we drive back, we change this. One time in the middle. Why? Na gut. Na gut, sagt der Jonas. Na dann. Habe ich hier. Ja. Warte, wir machen mal ein bisschen Licht aus da. Die Leute. Wir wollen keine Betsys filmen, gell? Zufällig vielleicht, aber nicht offensichtlich. Hier. Frendes. Der Frendes Café Bar. Schöne Lichter, oder Leute? Es kommt richtig gut im Video raus. Echt schön. So schön finde ich es gar nicht live, aber im Video sieht es noch romantischer aus. Stimmt, hier wollte meine Schwester, dass ich Wein trinke. Und da war ich noch keine Muslime und habe trotzdem kein Wein getrunken. Ah, who hear? You hear the music. I hear it. Macarena höre ich gerade. Seafood Steak mit Macarena Musik. So, guck mal, die Boote, jetzt geht's die Post-Chef-mäßig ab. All you. What? All you. Nakita ban you, what you're seeing. Heidi, I feel it's here, Mahmoud. I'm here. Wait. So, jetzt. Was ist das? The Heaven. Der Himmel. Guck mal. The Lodge. Na, und die sind natürlich alle auch in Facebook vertreten. Na, wenn ihr eins besonders toll findet, könnt ihr natürlich auch in Facebook da die Bewertungen angucken. Die Karte. Logisch. Was ist das? Huang Ver. What? Das ist irgendwas Chinesisches. Den Nubien, da haben wir auch schon gegessen. Ja, war gut, aber mein Essen ist Messer. Sorry. Sorry, Chief. Damals halt, damals. The Greek. Hier kannst du Griechisch essen. Ägyptisch-Griechisch. Jetzt kommt der Italiener, oder was ist das hier? Nee. Casa, Steakhaus, Sushi. Oh, auch noch. Steak hat da und Sushi. La Casa und Pizza-Pasta. Alles da. Pass mal. Wenn es zu viel ist, es kann es nichts sein. Weißt? Das habe ich von den Kochprofis gelernt. Eine Karte, nicht 100 Sachen da. Also, der Mond, da heißt der Kammer, der Mond, der Mond. Mit Fußball, natürlich. Habt ihr gehört? Der Mohamed Salah hat Corona. Der hat es auf der Hochzeitsparty bekommen. Sein Bruder war dabei. Der Bruder, also der Bruder, hat es nicht bekommen. Der war der Bräutigam. Aber er hat es grill und chill. Da, grill und chill dich. Aua, und der Boss von meinem Vater hat es auch Corona. Aua. Bazaar's area. Hier, Waves. Ach Gott, das ist... Jetzt fahren wir wieder zurück. Das war's. 60 Pfund. In den Wind geschossen. Ha, then we must not walk. Is also gut, Mahmoud. Ja, Sport also. Sport, I make enough sport, Mahmoud, today. Leave me alone. Der rote Drachen. Das habe ich gar nicht gesehen vorher, vor lauter, der Mond. Da, Sushi ist weg. In Thai, thailändisches Essen. Ha, do, das können wir auch mal ausprobieren hier. This I want to try the Thailand food one day. Das reizt mich. In Sha Allah. In 2052. In Sha Allah, 2052. Der mit seinen Versprechungen immer, gell? Yeah, we can make 7,000, honey. 45. Ach Allah, 2045 machen wir das. Ja. Ah, man, wir kommen dann mit unseren Enkelkindern. We come with the children from the children. Timetable. Ja, wir müssen es in unseren Kalender schreiben. Alles in Kalender schreiben, wann wir unsere Termine haben. Wir haben jetzt eine Appointe. 2050, wir müssen in Deutschland sprechen. 2051, was war das? Das, ich verliere. 2052, wir müssen hier kommen, essen. 45. Nein, wir sagen 45. 45. Nein, nein. Amina, wie gesagt. Der Internet in der Home ist noch nicht mehr. Es ist noch nicht mehr. Amina, ich konnte nicht mit Amina sprechen. Der Internet, ich weiß nicht. Still in der Lounge und Bar. Der Heben, der Sommerschock-Szene. Das sind richtige Boss-Schiffe, gell? So ein richtiges fettes Boot. Leute, was kostet so ein Ding, was sagt ihr? In den Kommentaren könnt ihr das schätzen. Das ist so ein kleiner Schrott, aber das da, das war das Boss-Ding. Aber ich war ja schon happy für so einen kleinen Schrott. Aber wobei, was soll ich damit, gell? Was mache ich da mit dem Dorf? Nee. Hier. Ich kann nicht mehr da mit dem Dorf gehen. Kahramana. Lama, wir gehen dann nach dem Auto. Es ist genug. Was soll ich hier gehen? Anyway, es ist so viel dark. In den Tag, es ist mehr schön. Das ist so viel Taf-Taf. Ja, ich habe nicht Taf-Taf. Das ist so viel Taf-Taf. Ich habe nicht mehr Taf-Taf. Es ist so viel Taf-Taf. Es ist so viel Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf. Mir fallen die Bäume hier, gell? Muss ich echt sagen, mit den Pilzdächern. Sieht richtig cool aus, muss man sagen. Ich finde, das ist das Schönste hier. The best, the nice with this... You pay now or what? Where did he go? Jetzt will er sagen. Ja, Junge, sagt er, was so viel Geld bezahlen? Naja. So, machen wir zu, ganz pflichtbewusst. Hallas, dann gehen wir jetzt zum Auto. Bye-bye Taf-Taf. Bye-bye Taf-Taf. Bye-bye Taf-Taf. Bye-bye Taf-Taf, bye-bye. Das hier. Ja, Allah. Ja, Allah. Mahmoud, you must... Du musst investieren in den Kanal. Das ist unser Investment in die Zuschauer. We must also not... Wir müssen Geld ausgeben für euch. Das geht ja nicht. Na, logisch. We bring it away from the taxes. We bring it back. Wir setzen es von den Steuern ab, dann kriegen wir... Will you get a ticket from him? Also not loses. Hallas, du sagst, sie bauen da los. Die 60 Pfund sind weg. Okay. Ja, Leonis. Willst du dein Fattier jetzt essen? Welche? Ah, Fattier. Mit Assel. Assel, wo ist er? Wo Ocker. Mmh. Hallas, der Wok-Wok. Leute, ich will mir auch mal einen Wok. In Deutschland hatte ich immer Wok. Aber der ist zu groß. Ich brauche einen Wok hier. So, gucken, bei Sook.com ich mit Wok. Besorge, weil es ist echt nicht schlecht, da drin zu kochen. Na gut, ich würde sagen, das war es im Video. Die sind jetzt wieder dabei. Hier. Der isst jetzt endlich. Alles gut? Herr Bibi, wake up now. After the tough tough. After the 60 Pfund. Nach den 60 Pfund ist erwacht worden. So ist es. Okay, meine Lieben, das war es wieder von uns. Bis die Tage. Maselema. Guck mal. Stimmt, die haben auch. Guck mal, das heißt, die müssen Mundschutz tragen. Das ist ja cool. Schau. Mit Mundschutz. Hi. Das sieht ja aus, gell? Krass. Naja, also nochmal. Maselema. Bye, bye. 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 Bye.